Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Es ist wieder traumhaft schönes Wetter. Könnt ihr sehen da? Ah, Sonne, herrlich! Es ist richtig schön und natürlich drehe ich gerade die guten Morgenrunde mit meinem Hund. So, ich muss mit euch noch über eine Sache reden, die möchte ich von einem Video von gestern noch ergänzen. Gestern haben wir über den Digitalpakt Schule gesprochen und ich habe mal so erzählt, wie ich mir das in meiner Schule vorstelle. Aber ein Thema, das habe ich unterschlagen. Zugegebenerweise habe ich das bewusst unterschlagen, weil das ein doch größeres Politikum ist, worüber wir mal reden müssen. Und zwar habt ihr die Buchstaben bestimmt schon mal gesehen. BYOD, also bring your own device. Das heißt nichts anderes als bring dein Computer oder dein Tablet oder was auch immer selber mit in die Schule. Und natürlich steht dahinter, bezahl es auch selber. Der Hintergrund ist im Prinzip eine Diskussion, die schon gute 20 Jahre alt ist. Das ist nämlich so im Prinzip, oder 30 Jahre, das ist diese Taschenrechner-Diskussion. Wer muss den Taschenrechner kaufen? Die Eltern oder die Schule? Und wir alle wissen, wie die Diskussion damals ausgegangen ist. Damals haben die Eltern den Taschenrechner kaufen müssen. Und während die ersten Taschenrechner ja recht teuer waren, wurden zumindest die Taschenrechner im Sekt 1 Bereich nachher so Material unter 20 Euro, während sie am Gymnasium ja durchaus teurer sind. So, und nun steht eigentlich der nächste Evolutionsschritt an. Wir werden jetzt in Zukunft wahrscheinlich über Tablets oder über Laptops reden. So, und da gibt es den einen oder anderen Politiker, der sagt, ja, das können die Schulen nicht leisten. Das ist schlichtweg zu teuer, für jeden so einen Laptop zu kaufen. Das sollen gefälligst die Eltern machen. So, der Aufschrei war natürlich groß. Wie kann man nur? Und ich muss sagen, ich habe jetzt lange, lange überlegt und würde sagen, und dafür dürft ihr dann gleich gegen argumentieren. Ich glaube, Bring Your Own Device ist das Einzige, was tatsächlich funktionieren wird. Und ich habe mir da gestern ein paar Gedanken zugemacht, die will ich euch mal erzählen. Mein Vorschlag, unabhängig vom Digitalpakt. Die Schule kümmert sich um eine Serverstruktur. Die Schule kümmert sich darum, dass jeder einen Account hat und dass man in der Schule vernünftig ins WLAN kommt. Und zwar nicht mit irgend so einem Code, sondern über so ein MDM-System mit registrierten Zeiten und so weiter und so weiter. Es gibt vernünftige BIMA und es gibt die Möglichkeit, dass die Schüler sich mit ihrem Gerät auf den BIMA einloggen können, um da ihre Ergebnisse zu präsentieren. Das, würde ich sagen, ist die Aufgabe der Schule. Und das ist immer noch teuer genug. Und parallel dazu sind die Schüler dann dazu verpflichtet, ja, ihr hört richtig, dazu verpflichtet, ein eigenes Gerät anzuschaffen. Selbstverständlich können sie dieses eigene Gerät nicht nur für die Schule nutzen, sondern eben ganz einfach auch zu Hause und für alles Mögliche. Sinnvoll wäre, dass man kein festes Gerät vorschreibt, sondern dass man einfach ein paar Vorgaben macht, was das Gerät können muss. Idealerweise einigt man sich auf irgendein System, was irgendwie App-basierend ist, damit jeder sich selber aussuchen kann, ob er ein Laptop oder ein Tablet, Apple oder Windows oder Android nimmt. Es müsste halt nur sichergestellt werden, dass das Ganze plattformübergreifend funktioniert. So, warum sagt der Schmidt, dass wir uns die Geräte selber kaufen sollen? Also, auf der einen Seite glaube ich, dass es im Moment nicht den politischen Willen gibt, das ganze Schulseiz zu finanzieren. Ich glaube aber tatsächlich, unabhängig von der Finanzierung, würde das Ganze im Alltag scheitern. Wer soll denn bitte, 500 Geräte an einer durchschnittlich großen Schule administrieren und in Ordnung halten? Ich glaube persönlich, und das gilt für meinen Laptop genauso wie wahrscheinlich ganz viele andere Laptops, wenn du ein eigenes Gerät hast, dann kümmerst du dich viel besser drum. Und wäre es nicht auch zu schade, wenn wir 500, ich sag mal, iPads kaufen, dass die vielleicht nur 100 Tage im Jahr genutzt werden und die anderen 200 Tage im Jahr in der Schule rumliegen und in den Ferien sowieso? Und wäre denn nicht die Grundidee dieser Digitalisierung, dass man eben lernt, auch sinnvoll mit diesen Geräten umzugehen, dieser, dass man das auch zu Hause machen kann? Also, je länger ich darüber nachdenke, muss ich sagen, bringe ich, finde ich, bring your own device ist die bessere Lösung. Die Schule hat für Anschlüsse, für Netzwerke und so weiter zu sorgen. Sie soll meinetwegen auch die Software bezahlen, die Lizenzen besorgen, finde ich alles richtig. Aber ich finde eben auch, dass die Geräte im eigenen Besitz bleiben sollten. Ganz einfach, damit sie besser gepflegt werden, gewartet werden oder im Notfall eben auch ausgetauscht werden. So, worüber man natürlich reden muss, ist, dass die Geräte teuer sind. Und wir müssen natürlich auch darüber reden, dass wir Eltern haben, die verschieden viele Kinder haben und verschieden viel verdienen. Also ist die ehrliche Diskussion für mich gar nicht die, ob die Geräte von der Schule gekauft werden müssen oder von jemandem privat, sondern wie man das Ganze finanziert. Eine Idee könnte sein, dass es sowas wie ein jährliches Schulgeld gibt und zwar andersrum. Der Staat zahlt jedem schulpflichtigen Kind im Jahr, was weiß ich, 200, 300, 400 Euro und dafür ist entsprechend die Hardware zu besorgen und instand zu halten. Das Ganze muss so sein, dass so ein Gerät vielleicht nach drei Jahren auch mal abgeschrieben ist und dass man sich ein neues Gerät anschaffen kann. So könnte ich mir das vorstellen. Das Ganze wiederum natürlich abhängig vom Einkommen der Eltern. Wenn die Eltern gut verdienen, dann ist das aus meiner Sicht nicht notwendig. Dann kann man das auch selbst machen. So, das soll meine Einschätzung zu Bring Your Own Device sein. Ich glaube, ich muss mich mal eben einmal drehen. Der Hund hat mich eingewickelt. Ich glaube tatsächlich, dass das auf längerfristige Sicht die einzig mögliche Art der Umsetzung ist. Also die andere Seite würde bedeuten, dass jede Schule einen Systemadministrator braucht und das halte ich für schlichtweg nicht finanzierbar. Und versteht mich nicht falsch. Nicht, dass ich das nicht wollte. Ich glaube nur, dass es im Alltag nicht funktioniert. Und zwar einmal die Finanzierung nicht und einmal tatsächlich das Technische nicht. Ist jeder selber verantwortlich, funktioniert es in der Regel besser. Das hat beim Taschenrechner schon funktioniert. Und ich glaube, das wird bei der Digitalisierung auch funktionieren. Und grundsätzlich davon ab, ich glaube, egal wie wir alle einzeln zur Digitalisierung stehen, ich glaube, wir alle müssen anerkennen, wir werden sie nicht aufhalten. Und wenn wir unsere Kinder vernünftig vorbereiten wollen, dann müssen wir damit einfach anfangen. Und klar wird es Fehler geben, klar wird es Probleme geben, aber die müssen wir eben beheben. So, das soll meine Meinung dazu gewesen sein. Okay, das war's.